Es ist soweit, es ist Freitag und heute ist wieder Powerfreitag, Freunde, ich bin voller Energie, es wird gut, passt auf, Freunde. BAM! Ich bin dabei. Und jeder gute Freitag geht los mit einem Salto, ich versuch's, Achtung! Okay. Okay, das ist leicht. Oh, gemütlich. Mich hat ein GIF erreicht, ein lustiges GIF, das seinen Weg durch die Internetkanäle genommen hat und den Weg zu mir, zu mich gefunden hat. Und, ähm, tolles, tolles GIF mit unserem Seelentier dieses Moin Moins, das Freitagsmoin Moins, das Seelentier unserer Vereinigung, die wir hier jeden Freitag zusammenkommen. Hier, ich präsentiere euch dieses GIF von der beliebten Seite Nein-Gag mit der Känguru-Ratte. Zack! Hier ist die Känguru-Ratte. BAM! Da kommt die Schlange, keine Chance. Keine Chance. Guckt euch die Känguru-Ratte an. Keine Arme, dafür richtig starke Beinchen. Deswegen hat die so krasse Beine. Das kann eine normale Ratte nicht. Eine normale Ratte wäre jetzt fucking tot. Aber die Känguru-Ratte, BAM! Guckt euch das an, wie die nochmal oben in der Luft dann so stehen bleibt. Einfach so. Das ist der Punkt, wo die Schlange eigentlich zuschlagen sollte. Da hat die keine Chance mehr. BAM! Wie viel Kraft die hat. Das ist das Siebenfache ihrer eigenen Körpergroße. Wie krass ist das denn? Und die geht davor nicht mal so in die Hocke oder so. Aus dem Stand. Guck ich's mal an. BAM! Wie kann man denn aus dem Stand so springen? Ich mein, wenn der Mensch steht. Und aus dem Stand. Und dann kommt die Schlange und dann... Da geht nix. Der Mensch muss immer nochmal so diesen awkward in die Hocke gehen machen. So. Und wird dann meistens so in dem Moment gebissen. Und dann zack. Und dann stirbt man, während man in so einer Hocke ist. Und dann passt du nicht in den Sarg rein. Und das ist unangenehm für deine Verwandten bei der Beerdigung. Und die Kängurratte. Das stimmt eigentlich. Das ist echt genial. Die Kängurus stehen immer so, dass sie schon sprungbereit sind. Der Mensch im Gegensatz nicht. Der Mensch steht schon in der Position, wo er schon abgesprungen ist. Aber die Kängurus, die haben ja so diese abgeknickten Beine. Das ist eigentlich genial. Das ist eine geniale Idee. Dass du schon direkt... Dass du schon direkt hier reingehst. Und... Dass die schon direkt so dastehen, dass eigentlich sie direkt weg können. Kängurus leben in einer konstanten Bereitschaftsstellung. Es ist eine konstante Bereitschaftsstellung. Es ist wie wenn du... Wahrscheinlich lebte der Mensch früher in alten Tagen auch so. Wo jeden Tag noch der Säbelzahntiger konnte. Dann standen alle an der Ampel. Warten an der Ampel. Oder so den so. Und warten einfach. Sodass wenn der Säbelzahntiger kommt, man... Wupp! Direkt wegspringen kann. Aber heute die Menschen, die dummen Menschen machen alle den Standing-Person-Human. Stehen alle rum und können nix. Und wenn ja plötzlich der Elefant durchs Gebüsch kracht. Und sagt... Dann ist der... Dann kann man nichts machen. Leute, passt ein bisschen Messer auf. Ihr braucht eine allgemeine Bereitschaftssituation. Ihr müsst gefasst sein auf die Gefahren, die lauern auf euch. Im Großstadtdschungel. Bereitet euch mal ein bisschen vor. Ihr habt jetzt 40 Minuten Zeit in dieser Werbeunterbrechung. Bis gleich. Oh. Sorry. Also willkommen zurück bei Moin Moin. Der Guten Morgen Show. Für Leute, die guten Morgen mögen. Ich hab lange überlegt. Gestern, ich lag noch lange im Bett gestern. Und hab mir überlegt, ob ich hier nicht ein heißes Meme draus machen soll. Aus der Kängururatte. Ähm, im Sinne von, es gibt ja manchmal so diese Memes, wo du so ein Tiervideo hast, wo dann mit weißer Schrift so irgendwas drübergelegt ist. So was diese Tiere, wofür die stehen. Und dann dachte ich mir, so Kängururatte, die Schlange ist auf jeden Fall ein schlechter Morgen. Und die Kängururatte ist Moin Moin. Aber es ergibt leider nicht hundertprozentig Sinn, weil Moin Moin bewahrt einem Jahr. Aber was ist dann der gute Morgen? Eigentlich müsste hier oben der gute Morgen sein. Hier die Kängururatte. Und Moin Moin ist dann so der Pfeil, der Auftrieb. Die Beine ist der Kängururatte. Und die Kängururatte seid ihr selbst, die Rocket Beans TV Zuschauer. Und dann wurd's ein bisschen voll, sag ich mal. Dann wurd's ein bisschen abstrakt. Ich bin, ich hab nicht so diesen vereinfachenden Gedankengang für Memes. Ich bin noch nicht, ich bin noch nicht auf der Meme-Ebene angekommen. Oder du sagst, die Schlange ist ein schlechter Morgen. Die Beine der Ratte sind Moin Moin. Die Ratte selbst ist die Rocket Beans Zuschauer. Der Schwanz ist Hängi. Und die Savanne ist das Internet. Das heißt, hier steht Internet. Hier steht ein schlechter Morgen. Hier steht, hier der obere Bereich ist ein guter Morgen. Aber es ist zu kompliziert. Es ist zu voll. Ich glaub, ich werde nie in die Geschichte der Meme-Lords eingeben. Ich habe, ich werde nie auf meinem Wikipedia-Eintrag stehen haben, Söntin will Meme-Lord. Es will einfach nicht werden. Es will nicht werden. Und hier sind wir wieder dabei. Sehr schön, die Känguratte. Das Geheimnis der Sprungkraft. Die Känguratte trainiert jeden Tag und jeden Morgen. Obwohl sie nur drei Finger hat. Sie hat nur drei Finger. Nach einem schweren Unfall mit einem schönen österreichischen D-Böller. Hat sie leider nur noch drei Finger. Aber hält sie das davon ab, jeden Tag die Eisen zu stemmen? Nein! Die macht weiter! Hält sie das davon aus, vernünftig ausgeschnitten worden zu sein für Photoshop? Nein! Das Fell ist nun mal hartnäckig! Das ist das verrückteste Tier der Welt. Dass es einfach manche so faule Tiere gibt, die einfach eine Kombination aus zwei anderen Tieren sind. Lächerlich. Lächerlich. Stell dir mal vor, du bist eine Känguratte. Du bist dein Leben lang gespalten in deiner Persönlichkeit, weil die immer sagen, ah, du bist ein Känguru. Nee, ich bin eine Känguratte. Ah, du gehörst nicht zu den Ratten. Du gehörst nicht zu den Kängurus. Du gehörst definitiv nicht zu den Seehunden, weil das sind fucking Arschlöcher. Und du findest nirgendwo deinen Platz. Und du bist immer hin- und hergerissen zwischen den zwei Welten. Das ist ein gutes Sitcom. Oder so die WG mit einer Kängururatte und einem Rattenkänguru. Und die beide müssen zusammenleben. Und es ist immer so, es entstehen lustige Situationen. Den Rest könnt ihr selber schreiben. Ich mache ja nur den Anstoß. Ihr müsst die Arbeit machen. Ich bringe euch nur aus dem Bett. Ich ziehe euch die Bettdecke weg. Aufstehen müsst ihr selber. Matrix wäre ein ganz anderer Film gewesen, wenn das das gewesen wäre, was Morpheus gesagt hätte. Ich ziehe dir den Pyjama aus. In die Dusche musst du selber. Lieber Neo. Nee, wir müssen das nochmal umschneiden. Das klingt scheiße. Das funktioniert einfach nicht. Oh, hier ist Julia. Die hat sich Springmäuse tätowiert. Fehler. Fehler. Tut mir leid. Fehler, Julia. Es hätten auch die Kängurratten sein können. So sind es Springmäuse geworden. Jeder weiß, dass Ratten besser sind als Kängurus. Als Mäuse. Und dass Kängurus besser sind als springende Leute. Fehler. Verpasste Chance. Verpasste Chance. Ist natürlich schwierig, das nochmal rückgängig zu machen. Aber du kannst ja einfach so mit roter Schrift drüber schreiben. Kängurratte. So ein Sternchen hinmachen. Kängurratte. Und warte. Als Abschluss. Als Abschluss zeige ich euch noch einen Meme-Lord. Yellow hat es geschafft. Er hat das Meme umge... Er hat ein Meme gememt. Okay. Gute Arbeit, Yellow. Gut gemacht. Macht's gut. Schöne Woche. Ja, währenddessen gehen wir zurück an die Yellow-Front. An die Kängurratten-Front. Wo Yellow als einziger kämpft. Es freut mich sehr. Yellow, der weiterhin versucht, das Kängurratten-Meme erfolgreich ins Internet zu bringen. Es funktioniert so halb. Es funktioniert so halb. Aber ich finde, es funktioniert schon super. Vor allem auch, wie dieses Meme so ein bisschen hinterher hinkt. Das finde ich perfekt. Von daher, Leute, liked dieses heiße Meme. Wir bringen die Kängurritte auf 9-Gag nach ganz oben. Auf 9-Gag, auf 10-Gag. Alle werden begeistert sein von dieser fantastischen Kängurratte. Make it happen. Guck mal hier. Direkt das Yellow-Meme. Ich finde das schon lustig. Ich finde das schon lustig. Warum reicht es nicht, dass ich das lustig finde, damit es viral geht? Leute, liked es. Die ist so schnell. Der Blick in der Luft. Ich meine, denkt die sich, haha, ich hab's geschafft. Oder denkt die sich, ja, fuck, ich muss auch wieder runter. Bam! Leute, das wird großartig. Ich hoffe, dass wenn ich nächste Woche auf 9-Gag gehe, dass dann auf allererster Stelle auf der Hotpage, dass dann die Kängurratte mindestens einmal vertreten ist. Es ist passiert. Ein alter Freund, ich wach eines Morgens auf und denk mir, okay, ihr habt 12.000 Nachrichten, Notifications, irgendwie 100 Menschen, 4 Direktnachrichten, 3 Mails, 2 Leute klopfen an meiner Tür, 3 Brieftauben, picken an das Fenster. Ich denk mir, was ist passiert? Was könnte passiert sein? Ich meine, ich rufe ja immer wieder darauf auf, hey, schickt mir eure besten Sachen, schickt mir Ideen für Formate. Gar nichts. Aber, es ist geschehen. Natürlich, die gute alte Kängururatte ist zurück. Die Kängururatte ist zurück und sie hat zugeschlagen und es ist großartig. Sie hat Schlagzeilen gemacht. Hier, spektrum.de, Schlagzeilen, die im Ninja-Stil gegen Klapperschlangen. Die Kängururatte, ja, wir kannten sie, als sie noch Underground war, als sie noch in kleinen Clubs gespielt hat. Aber mittlerweile hier, zack, nächstes, Science, überall haben wir hier die Schlagzeilen gehabt. Es war wirklich die Woche der Kängururatte eigentlich. Die Kängururatte, ein nach dem anderen, zack. Ich weiß nicht, warum Leute, es ist der Job von Leuten, zu viral gehenden Videos nochmal einen Text zu schreiben. Nochmal einen Text, lalala, wo man einfach nochmal beschreibt, was passiert ist. Es ist fantastisch. Die Kängururatte, ich gönne ihr den Erfolg ja. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen würde, nein, ich unterschütze das nicht. Auch hier, zack, da verdienen Leute Geld damit. Die Kängururatte ist populär geworden. Und wir haben sie so, und ich bin stolz auf die Rocket Beans Community, dass wir es geschafft haben, diesen No-Name in das Rampenlicht der Weltöffentlichkeit zu katapultieren. Es war ein langer Weg. Wir haben viele verschiedene Projekte hier auf den Weg gebracht. Aber die Känguratte hat es dann doch geschafft. Das ist so die eine Person aus der Boy-Group, die dann auch noch erfolgreich wird. Und alle anderen sind dann bei Obi. Aber sie ist auf jeden Fall dabei. Hier, der Standard hat geschrieben. Der Standard titelt mit Naga. Währt im Ninja-Stil Klapperschlange ab. Hier haben wir nochmal auf dem roten Teppich hier aus dem Loch rausgeholt. Das ist so wie so eine Folge Crips einfach. Hey, ich zeig euch mein Loch. Und was, wofür diese Kängururatte getitelt wurde, das sehen wir gleich nach der Werbung. Ich bin ein bisschen stolz, Leute. Ich bin ein bisschen stolz auf unseren kleinen Mann, den wir in die Welt rausgeschickt haben, der es auf die Schlagzeilen der ganzen Welt geschafft hat. Ich hab ja mal sogar die internationale Presse zurate gezogen, hier auf Mashable, wo es auch der Job von irgendjemandem ist, aus einem zwölfsekündigen Video ein 1-minute-38-es Video zu schneiden. Wir dachten ja eigentlich immer, das Internet würde die Welt vereinfachen und würde das Wissen komprimieren und würde jedem Menschen Wissen zugänglich machen. Aber eigentlich ist das Gegenteil passiert. Das Wissen wurde unnötig aufgeblasen. Und am Ende kriegt man immer weniger mit, als man eigentlich möchte. Weil jeder sagt, oh Leute, wir haben jetzt hier ein lustiges Bild, was machen wir da raus? Im Grunde ist Moin Moin nichts anderes. Und man könnte immer Moin Moin mit drei lustigen Bildern zusammenfassen. Aber wir machen 50 Minuten draus. Deswegen wollen wir keine weitere Zeit verlieren. Und wir schauen rein. Das ist diese Woche passiert. Pass auf. Hier ist die Känguratte. Jetzt guck mal hin. Achtung. Pass auf. Hier, ihr seht schon die Schlange. What? Alter. Alter, wie gut ist das denn? Sag mal, was ist das eigentlich für ein krankes Kamerasetup? Hier mal anderer Winkel. Ah, nee, da ist sie nur weg. Das ist eine andere Szene. Also erst mal sehr gut ausgewichen. Schöner Tritt. Aber es sieht ein bisschen so aus, als wäre es dieselbe Ratte wie beim letzten Video, die einfach nochmal zum selben Platz geht, um nochmal von derselben Schlange angefallen zu werden. Guckt euch das an. Bam! Alter, wie gut ist das denn? Guckt euch das an. Und erst mal schön reagiert, schön. Und deswegen haben die ja so einen Fail, dass da alle Angriffe so abgleiten daran. Schön abgeglitten und bam! Weggeballert einfach. Und jetzt guckt mal hier, wie die im Staub aufschlägt. Bam! So eine Schlange, die kann ja... Die kann ja den... Die Schlange mit aufgerissenem Maul fliegt sie durch die Gegend. Und jetzt, Achtung, Achtung, Staubboden. Bam! Batz! So eine Schlange, die kann ja nichts machen. Also ich meine, wir als Menschen sind es gewohnt, dass wenn wir irgendwie umfallen oder von einer Leiter fallen, dann können wir noch die Hände ausstrecken oder uns abwenden. Eine Schlange kann nichts. Die Schlange sieht einfach nur den Boden und ja, Leute, jetzt... Die kann nichts dagegen tun. Also ich bin auf jeden Fall Team Känguratte, aber die Schlange tut mir ein bisschen leid. Aber Leute, ey, da kann man auf jeden Fall ein GIF machen. Äh, hier. Die Schlange, ein schlechter Morgen. Sie ist... Moin, moin. Wir gucken es nochmal an, weil es so schön ist. In Zeitlupe. Batz! Keine Chance. Guck mal den langen Schwanz an, Alter. Was hat die denn da hinten dran? Sind das nochmal so Federn? Alter, wie großartig das ist. Aber ganz check ich es nicht. Ich meine, so eine Hochgeschwindigkeitskamera braucht immer wahnsinnig viel Licht, damit es funktioniert. Das heißt, die haben irgendwo einen Punkt in der Wüste, wo die gesagt haben, ja, wo stellen wir die Kamera auf? Hier, pfff, jetzt hier riesen Scheinwerferkameras, wo stellen wir die auf? Ja, hier mal, so. Dann stellen die die Kamera auf, richten die auf einen Ort Dreck und filmen den ganzen Tag. Das ist ja beleuchtet, oder? Das sind ja Scheinwerfer, die da hinsch... Oder? Da kann man jetzt mal die Lichttechnik analysieren. Das ist ja kein Mondlicht, oder? Das ist ja einfach... Das ist ja Licht... Technisches Licht. Und dann genau an der Stelle haben wir die Schlange und die Känguratte. Also ich will jetzt... Leute, Leute, langsam. Ich will nicht sagen, dass es fake ist. Ich will nicht sagen, dass es fake ist. Aber es kommt mir schon ein bisschen komisch vor, dass an derselben Stelle so eine... Ich vor allem so eine Hochgeschwindigkeitskamera, die kann ja nicht einfach 24 Stunden lang filmen, oder? Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Kameratechnik aus. Aber die braucht ja wahnsinnig viel Speicherplatz. Die muss ja dann irgendwie 1000 Frames pro Sekunde aufzeichnen. Die kann ja nicht einfach sagen, ja Leute, wir zeichnen die zum Beispiel eine Woche auf, und dann gehen wir da hin und gucken uns das Material an. Die haben vielleicht so Bewegungssensoren oder irgendwie so ein Kram, aber selbst dann... Also das ist schon beeindruckend. Was macht die Ratte da eigentlich? Die steht da einfach rum und macht nix? Baps! Die Schlange, die kann nix machen. Ich glaube, das ist das Video von letzter Woche, wo sie einfach ausweicht, Alter. Aber guck mal, wie viele... Das ist jetzt der dritte Kamerawinkel. Die haben drei Kamerawinkel aufgebaut. Drei Hochgeschwindigkeitskameras mit Scheinwerfern. Oh Leute, ey, zeigt mir einfach das Video, Mann. Lass doch den scheiß Text weg. Das ist jetzt der vierte Kamerawinkel. Das sind aber immer andere Szenen. Alter, hier kriegt's ja auch nochmal einer auf die Fresse. Sag mal, ist das immer dieselbe Ratte? Und der... Den Kopf wegtritt. Und Bats! Bäm! Aber sorry, also Entschuldigung. Also, sag mal, die ersten drei Male ausweichen, ist es eine coole Ratte. Beim vierten Mal ist sie einfach dumm. Kleiner Tipp an die Känguratte. Geh nicht mehr an diese Stelle mit den Scheinwerfern. Alter, das ist ja großartig. Aber irgendwie ist das schon merkwürdig. Oder warum genau immer an der Stelle? Also, ich find's fantastisch. Es ist auf jeden Fall neue Schlagzeilen der Känguratte. Ich würd sagen, jetzt die Känguratte, das ist jetzt... Die ist jetzt abgehoben. Klar, Fanart ist jetzt hier schon da. Ist das eigene Merch schon dabei. Weil, warum würde man einen Ninja-Anzug bauen, der nicht den Schwanz enthält? Warum hängt der Schwanz immer raus? Immer, wenn Tiere Kleidung haben, in so anthropophogen Darstellungen, warum kriegt der Schwanz nicht so einen schönen, schwarzen, kuscheligen Ninja-Anzug auch? Keine Ahnung. Was kostet das denn? Was kostet denn das? Bitte auf den Unterschied zwischen Känguratte und Rattenkänguru achten. Absolut. Das Rattenkänguru ist ausgestorben. Die Känguratte ist lebendig. Unfair. Aber so funktioniert nun mal Evolution. Evolution sagt, wir haben jetzt hier den Tausendfüßler und wir haben den Füßeltausender. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Husch, auf geht's. Und einer, zack, totgetreten vom Mammut. Und der andere lebt weiter. Und so funktioniert das halt dann. Der eine lebt weiter, der andere ist plattgetreten. Und so funktioniert es. Und so hat die Natur auch gesagt, pass auf, wir haben jetzt hier eine Kängurratte, wir haben Rattenkänguru. Los geht's. Und Kängurratte hüpft direkt in die Gletscherspalte rein. Tot, erfroren, weg. Während die Kängurratte weiterhin fröhlich sich Schlangen erwehrt. Warum stirbt die Schlange nicht aus? Warum stirbt die Schlange nie aus? Warum stirbt die Schlange nie aus? Warum ist es immer dann irgendwie, oh, die kleinen Regenwürmer werden aufgefressen und sterben auf? Warum sterben nie die Greifer aus? Das ärgert mich. Jetzt kommt mir nicht mit Eisbär. Es ist wieder ganz viel passiert mit dem, wie heißt das, Känguru. Rattenkänguru, wir haben ein neues Meme. Ah, sehr schön. Dicke Bette gefluretiert. Wunderbar, genau so sieht's aus. Sehr gut, ich mag, dass Yellow noch im Oldschool-Meme bleibt. Also Yellow hat sich nicht von dem ganzen Medien-Tramram ablenken lassen, dass letzte Woche gestartet wurde, die neue Ninja-Ratte. Nee, Yellow bleibt einfach, einfach schön beim Alten und nutzt einfach dieses Meme, bis es nichts mehr hergibt. Das find ich gut, das find ich löblich.